Die sind so totaler gehst du. Sie so argumentiert, ja, so ein Berg im Bett, ja noch kein Schmerz. Aber jeder muss hier zwei Paar haben. Also Schwein ess ich fast gar nicht. Nee, ich auch nicht. Ja, aber du musst dich dann dort. Pferd muss da sein. Nee, ich ess das an. Pferd ist. Wir haben auch kein Lamm, der seit dem ich fahre. Das sind solche Baby-Tiere, die kommen auch nicht mehr auf den Zeller. Ja, wenn ich mir dann vorstelle, so ein kleines, das ich weiß, dass ich selber habe. Ich esse zwar lange gern, aber es ist gemein. Ja, deswegen. Ja, oder Kaltgleich. Ja, Kaltgleich ist auch. Und du siehst das noch, gell, das tut es in der Hand. Gestern gab es auch irgendwie viel Babychen in der Falle. Das schmeckt genauso wie alles. Ein Tagsküche. Ja, was meint man, dass du bei Hörerchen kriegst, die kleinen Dinger. Ich kriege ein Tagsküche. Das ist ja auch kein Ausgewachsenes. Ja, das ist ja alles echt für die Karte. Wir müssen eigentlich da wieder hinkommen, wo wir früher mal waren, zum Sonntagsbraten. Einmal in der Woche, auf der Fall, die Qualität des Bierfleis. Ja, weniger. Ja, weniger auf jeden Fall. Und wir müssen diese Dumpingpreise unterhalten, weil die ganzen Discounter, wo wir nicht viel Fleisch, die Karte, was ist, müssen sie verbieten. Ein Europäer isst oder verbraucht fünfmal mehr, weil Wasser isst, weil Wasser isst, ist es halt schön. Ja. 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 Vielen Dank.